In diesem Video bespreche ich die Übergänge der Aggregatzustände. Beginnen wir mit dem Übergang von Fest auf Flüssig. Dieser Vorgang wird Schmelzen genannt und an dem Beispiel Eis wird zu Wasser. Der umgekehrte Vorgang von Flüssig in Fest wird hingegen Erstarren genannt. Wasser wird hier zu Eis. Dann kommen wir zum Übergang von Flüssig zu Gasförmig. Dieser Vorgang wird Verdampfen oder auch Sieden genannt und als Beispiel hier Wasser wird zu Wasserdampf. Der umgekehrte Vorgang von Gasförmig in Flüssig wird Kondensieren genannt. Wasserdampf wird hier wieder zu Wasser. Dann kommen wir zum direkten Übergang von Fest auf Gasförmig. Das heißt, der flüssige Aggregatzustand wird übersprungen. Dieser Vorgang wird Sublimieren genannt. Eis wird hier direkt zu Wasserdampf. Und schließlich noch der umgekehrte Vorgang von Gasförmig direkt in den festen Zustand. Dieser Vorgang wird Resublimieren genannt. Wasserdampf wird hier zu Eis.